So meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Part 1 Left Behind. Oh ja Leute, es geht weiter und es wird eigentlich immer witziger. Haben wir hier was cooles? Da ist was cooles. Aha. Für den allercoolsten Käpt'n auf ein weiteres tolles Jahr. Alles Gute zum Geburtstag. Larry, Sean und Alice. Tschüss. Ich glaube nicht, dass sie diese Person das geschafft hat. Boah, ich könnte mich auch täuschen. So, gehen wir mal weiter. Aha. Oh, scheiße! Oh, was zur Hölle! Ja, her damit. Komm runter. Was machen wir hier? Wer scherzt sich um diesen Alten und ein kleines Mädchen? Je schneller wir sie finden, desto schneller kommen wir hier raus. Versichert die Gegend ja. Ich checke diesen Bereich. Schau dich hinten um. Äh, nö. Okay. Okay. Gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. Oh, hast du das gehört? Ich hab's gehört, ja. Oh, lol. Ich hoffe, der bleibt da jetzt stehen, ey. Äh, nope, 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 nope. Ja, ich hab sie. Wo denn? Was zum Ablenken wäre halt irgendwie cool, ne? Hier ist sie. Ich glaube, das machen wir nochmal von vorne. Ah, es ist viel zu wenig zum Ablenken hier, Mensch. Das ist das Problem. Sie muss es sein. Alter, ich dachte gerade, die hat so angegriffen, einfach so. Also ohne Stealth-Kill. Dann hätte ich mich ein bisschen aufgeregt. Also so ganz minimal. Warum ist denn hier nix? Was ist das denn? Achso, äh, Nahrung gewesen. Toll. Wo ist der Typ? Ah, da hinten, okay. So, der wird jetzt die Leiche sehen. Genau. Komm mal hier hin. Schön. Geh näher ran. Oh, Junge. Entschalte dich jetzt. Okay. Das Problem ist einfach, dass sie über fucking Trieben lange braucht, um zu einem Gegner zu kommen. Alter. Bis dahin hat er sich schon zehnmal umgedreht, Junge. Hast du das gesehen? Nein, Mann, ich hab hier nichts. Aber machen wir halt aber gleich das Gleiche nochmal. Das war eigentlich ganz gut. Oh, jetzt gibt die ja... Jetzt geht der nämlich da hin. Ich geh jetzt hier lang. Danke. Ja, übertreib nicht. Mach hin. Ey, der hatte doch einen Pfeil gerade, oder nicht? Hallo. Ich kann doch nicht mal was herstellen, Alter. Ist ja traurig. Traurig, aber wahr. Oh, ich hab dich. Aha. Nichts. Aha. Ich werde paranoid. Nur ein bisschen. Verdammt, hier ist niemand bei dir. Lass mich raten, er dreht sich jetzt um. Nö. So, das geht doch schon bedeutend besser. So, den anderen machen wir jetzt auch noch eben. Aber wieso hat denn keiner einen Pfeil von denen, Alter? Der hätte doch gerade einen Pfeil gedroppt, oder nicht? Der eine. Das ist ja nervig. So, wo ist der jetzt? Oh, la. Oh, la, la. Meins, meins, meins. Meins, meins, meins. Seht ihr? Genau das meine ich, Alter. Die braucht fünf Jahre, Alter. Das ist unglaublich, wie lahmarschig die ist teilweise. So, ich glaube, das war's. Ja. Aber er hatte auch wieder keinen Pfeil gedroppt, wie gerade, ne? Verstehe ich nicht. So, der hatte aber einen Pfeil hier, das weiß ich. Oh, aha, da ist schon direkt der zweite. Toll. Jetzt bin ich glücklich. Wow. Oh, hoi. Okay. Okay. Oh, es ist scheißkalt hier drin. Ich bin der letzte Überlebende meiner Crew und krepiere in einem Luftschach. Was hast du denn von mir erwartet? Ich wurde gebissen und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie mich tötet. Auch wenn ich gar nicht infiziert war. Sie meinte, sie würde es nicht tun. Aber ich konnte es in ihren Augen sehen. Wieso sonst zog sie die Waffe? Wieso zum Teufel zog sie die Waffe? Ich hab nur mit ihr geredet. Hätte sie nicht gelogen, hätte ich nicht zugeschnackt. Sie hätte mich erschossen. Ganz sicher. Aber warum hat sie dich leben lassen, Alice? Ist auch egal. Ich hab sie erschossen. Ich bin abgehauen. Ich habe diese Kreaturen bekämpft und dabei... ... ist die Naht an meinem Stumpf wieder aufgeplatzt. Ich verblute und ich kann sie nicht wieder zunähen. Nicht mit einem Arm. Ich kriege keinen Knoten. So kalt... Ich rufe ich lieber aus. Hm... Interessant. Heftig verkackt. Das hört sich irgendwie nicht sehr einladend an. Wenn ich mal meinen. oh scheiße dass ihr arschlöcher aha das sind zu viele von denen Da hat der Erste schon mal verkackt. Wie, das war's? Verdammt. So, jetzt, jetzt bräuchte ich was zum Werfen. Oh. Oh, da ist was. Da ist was, da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Jaaa. Tennis Ball. Ich glaub der scheiß Runner ist ja auch noch da, ne? Oh, fuck. Ah, da ist eine Flasche. Cool. Na, es sind zwei Clicker auf jeden Fall, aber. Der Runner weiß ich nicht, ob der noch hier ist irgendwo. Aber ich hab, das hört sich zumindest so an. Warte mal überlegen, ob hier noch irgendwo was zum Werfen ist. Sieht aber irgendwie nicht so aus, hm. Da ist weg. Warum sind die denn nur draußen? Warum kommen die denn nicht mal rein? Ich habe dieses seltsame Gefühl, dass ich hier gleich richtig verkacken werde. Wenn ich den jetzt platt mache, wäre ich schon glücklich. Ja. Nein, 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 nein. Bleib stehen. Oh. Mies. Miese Brise. Ey, wir sind drüssig. Oh Gott. Cool. Perfekt. Also ich habe mich nur ganz leicht erschrocken. Also wirklich nur so ganz leicht, weil der war wirklich ein bisschen sehr nah. Ja. Na ja, hat ja geklappt. Oh nein. Okay. Hier kommen doch gleich bestimmt wieder welche. Hier kommen doch gleich bestimmt wieder welche. Nix zum Werfen hier. Na ja, dachte ich mir schon. Oh. Oh. Ich habe das machen wir nochmal von vorne. Die kommen ja alle zu mir. Ja, aber ich habe halt auch nichts zum werfen. Nichts. Null. Nada. Also wirklich so gar nichts halt, ne? Ah doch, hier ist was. Okay, gut. Was zum? Ich habe was gehört. Ja, was zur Hölle war das? Ich bin schon hier mal schlechter. Nimm auch dort schon. Oh scheiße! Oh Junge ey, du kannst dir auch nicht entscheiden, wo du ihn drin sagst. Was war denn das? Jo, alles klar. Was war das? Wo ging der Schuss hin? Hm. Okay, anscheinend darf man nicht sprinten. Wo ging die Flasche hier? Was zum? Ich habe was gehört. Ich bin schon hier eine Schlüsse. Nein, die ist da drüben. Garst mir, dass du bezahlst. Halt so. Weißt du, gegeneinander ist die KI total dämlich, ne? Aber wenn es um mich geht. Aber wenn es um mich geht. Aber wenn es um mich geht. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Da fällt mir schon das ein oder andere Wort so ein, aber ich saß lieber nicht. Das ist dieses sogenannte Problem, wenn NPCs unendlich Munition haben. Was war das? Hey, was habt ihr draußen gefunden? Ja, wie wissen wir das nicht? Was zum... Ich habe was gehört. Geht da drüben! Als ob das schon alles war, Junge. Als ob das nur noch ein Runner ist. Nee, okay. Zwei. Nein, oh nein, nein! Oh. Oh Junge ey, warum macht er dieses Automatische? Es sind noch zwei Jäger von denen. Toll! Nervig. Absolut nervig. Gut zu wissen, dass jetzt hier ein scheiß Stein ist. Der war ja gefühlt gerade gar nicht da. Oh, Junge! Ja... Ja. Was ist das? Ah ja, ist schon lustig. Ah ja, ist schon lustig. Tja, da wären wir wieder. So, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir werden an der Stelle nochmal einen kleinen Cut machen. Dann werden wir im nächsten Part weitermachen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Band von Willa Sofass. Part 1, haut da rein. Part 2, 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 haut da rein.